...au noch zu tun haben, weil, Digga, der Typ, der hat einfach, der scheißt einfach manchmal komplett auf Reime. Digga, ich versteh das gar nicht. Ich hab mir ein paar Tracks von dem angehört, so, Digga, der hat maximal 16 Bars, so immer, und hat einfach in der Hälfte von den Zeilen, Digga, hat einfach keine Reime, so. Erster Gegner, Wahnsinn, das ist Mörder, der Sound, obwohl aus diesem Battle geh ich mit nem Hörschaden draus. Frisst du dein Mikro oder hast du keinen Popschutz, oder ist das Angewohnheit, weil du täglich kocklos? Die Tee in dem Quali lässt du von Reka mischen, und da gibt es eine Sache, die soll jeder wissen. Du bist übelst connected und kann sein, dass du bekannt bist, keiner hat die Eier, dir zu sagen, dass du nicht den Takt triffst. Beat im Intro, das kommt ganz sicher cool, weil er ohne zu rappen besser im Takt ist als du. Sag mir doch mal, was du für nen Dünnschiss erzählst, und du klingst nach nem Johannes, der die Stimme verstellt. Du hast Geheimratsecken und du bist ein Körperclosing, Quali Beat hast du gemacht? Ja, das hört man auch, dann nimm doch lieber so nen Piltrate-Beat, bevor ich komm und dir dein MacBook durch dein Bitchface zieht.